Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Tutorial. Heute zeige ich euch eine Website bei der ihr quasi geteilte Logins euch ansehen könnt und damit euch nicht immer ein neues Account auf irgendeiner Seite erstellen müsst, sondern quasi mit anderen Accounts von anderen User die bereitgestellt wurden einloggen könnt. Was das genau ist zeige ich euch sofort, dafür braucht ihr einfach nur einen Browser, ich benutze es in meinem Fall Microsoft Edge und ihr geht auf die Seite bugminot.com und hier sehen wir schon Share Logins, also quasi eure Logindaten könnt ihr da eintragen, damit die andere benutzen können. Dafür ist quasi wenn ihr irgendwo euch nur registrieren müsst, aber quasi keine persönlichen Daten oder so angeben müsst, sondern nur um Code oder irgendeinen Gutschein zu bekommen, dann könnt ihr euch das hier durch eine Registrierung sparen und man kann sich quasi einloggen mit vielen Teilen. Die Seite ist relativ cool und clean und schlicht aufgebaut und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, ich habe jetzt gleich mal ein Beispiel vorbereitet, damit man es besser sieht. So wirkt das alles ein bisschen komisch. Zum Beispiel gehen wir mal auf die Seite 9gag bzw. ich habe hier 9gag mal geöffnet. Ups, wake up, alles klar. Und ja, ich will jetzt mir kein neues Account bei 9gag stellen, um die not safe for work Inhalte zu sehen, sondern ich will einfach eins benutzen, was schon sowieso da ist. Dafür gebe ich hier einfach die Domain oder die URL ein. In meinem Fall ist das jetzt 9gag.com. Ihr könnt nicht einfach 9gag eingeben, sondern ihr müsst die ganze URL bzw. die Domain eingeben und drückt dann einfach auf Enter und hier sehen wir schon alle Logins, die es für 9gag hier gibt. Das sind einige und wir sehen schon direkt, wie das Rating System funktioniert. Also oben sind die am meisten gerateten bzw. im Verhältnis zu der Success Rate. Das heißt, wie erfolgreich der Login war und man kann es auch hier immer bewerten. Wir sehen hier, hier wurde einer vor zwei Tagen erstellt, also eingereicht quasi und hat eine hundertprozentige Success Rate, also eine hundertprozentige Erfolgreichsrate, was auch immer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Username hier nehmen, können wir mal direkt ausprobieren, ob das auch funktioniert und hier auf Login gehen, die E-Mail und das Passwort und drücken auf Login und dann sehen wir, ja wir sind eingeloggt, hier My Profile und dieser Login hat funktioniert. Das heißt, wir können ihn zum Beispiel hier hochvoten, indem wir auf diesen grünen Pfeil hier drücken und damit sagen wir, dass das bei uns funktioniert hat und er wird höher gerankt. Sagen wir mal einfach aus Prinzip, das hier hat bei uns nicht funktioniert, dann können wir hier auf den roten Pfeil drücken, es verschwindet und es kriegt quasi ein Download und damit ergeben sich quasi diese Prozente hier und damit könnt ihr direkt sehen, welche Logins am erfolgreichsten sind. So, das ist ganz einfach, das funktioniert mit fast allen Seiten, nur bei Social Media Sachen, also es gibt bestimmte Richtlinien, wie Sachen ausgeschlossen werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Twitter.com eingeben, dann werden wir merken, dass diese Seite gebannt wurde, beziehungsweise ja nicht mehr gelistet wurde auf dem Bugminot System, weil das eben eine Community basierte Seite ist oder, hier sehen wir schon alle Kriterien, Pay2View, also zum Beispiel irgendwelche Abonnements, zum Beispiel, was weiß ich, keine Ahnung, Bild plus oder so für meine Zielgruppe. Naja, auf jeden Fall Community, also irgendwas wo in Foren oder so, das ist jetzt bei 9gag noch so ein Grenzfall denke ich mal oder irgendwas wo eben zum Beispiel Bank, Online Stores und so weiter, also alles, was mit persönlichen Daten zu tun hat. Ja und diese Seite, da könnt ihr wie schon gesagt eure Domain mal checken, wo ihr euch anmelden wollt, beziehungsweise wo ihr euch anmelden müsst, bevor ihr weiterkommt, checkt die kurz auf Bugminot, ob es schon einen Account gibt und wenn ihr zum Beispiel nur eine Datei runterladen wollt oder nur mal kurz die bei 9gag, die not safe for work, ne, not, ja doch klar, Inhalte gucken wollt, dann könnt ihr kurz diesen Account hier nehmen und müsst euch keinen eigenen erstellen. Man kann auch welche einreichen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf irgendeine Seite geht, beziehungsweise, was haben wir denn da, keine Ahnung, machen wir mal irgendwas random, ja okay, das hat der nicht, ja machen wir mal .com, dann sehen wir hier die Seite hat noch keine Logins, wir können hier Share so loggen, dann können wir hier oben die Seite eingeben, dann den Username, das Passwort und hier ein optionales Feld, zum Beispiel, wenn eine E-Mail Adresse zur Registrierung angegeben wurde, können wir die da reinschreiben oder irgendwie ein paar Informationen, da müssen wir es nur noch bestätigen und dann können wir es absenden. Das heißt, jeder kann quasi Bugminot erweitern, ganz schnell und ganz einfach und damit haben wir dann so eine riesige Datenbank voller Logins, die man benutzen kann. Und wie schon gesagt, das ist erstmal nicht illegal, weil wir ja hier Logins haben von Community, beziehungsweise auch von richtigen Seiten, wo keine persönlichen Daten hinterlegt sind, jedoch müsst ihr aufpassen, was in den AGBs von den einzelnen Seiten steht, ob so welche Share-Accounts oder Share-Logins überhaupt erlaubt sind, aber sonst kann man die hier nutzen und es funktioniert sehr gut. Komm, suchen wir nochmal einen Nein-Gag und hier sehen wir schon, so weiter wir runter gehen, umso schlechter wird es und wir könnten jetzt ein eigenes einstellen. Was ganz interessant ist, ihr solltet immer auf die Votes und auf die Tag gucken, also zum Beispiel, das ist hier 26 Tage schon alt und hat eine Wahrscheinlichkeit von 60% und aber 225 Votes. Dann können wir es jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir hier uns ausloggen und dann mit diesem Ding einloggen und der hat E-Mail auch als Passwort so und wollen wir mal gucken. Ja, funktioniert bei uns nicht, deshalb können wir das downvoten, indem wir hier auf dieses Kreuz drücken und so geht das die ganze Zeit. Also, wenn ihr mal einen Account braucht für zwischendurch und ihr wollt euch keinen erstellen, dann sucht einfach mal in dieser Datenbank, vielleicht findet ihr einen Account und könnt den benutzen und den hochvoten für die anderen und dann können die anderen auch benutzen. Ja, das war dieser Quick-Tipp der Woche oder des Monats oder auf jeden Fall von diesem Freitag. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder um 16 Uhr, es ist jedes Mal ein neues Video, wie immer und ja, macht's gut und ciao! Vielen Dank!